Servus Leute! Heute schauen wir uns mal wieder eine Tastatur an. Um genauer zu sein eine VAMILO Tastatur oder VAMILO oder VAMILO. Ich weiß nicht genau wie man das im deutschen ausspricht, aber das ist ja auch egal. Falls VAMILO für euch kein Begriff ist, ist ein Hersteller aus Shenzhen, China, der mechanische Tastaturen herstellt. Die haben eine Website, wo man sich die Tastaturen auch frei konfigurieren kann, das heißt die Keycaps und die Größe und das Aussehen vom Rahmen und so weiter und natürlich auch die Switches. So könnt ihr euch ganz individuelle Tastaturen zusammenbauen, die niemand anders hat. Aber jetzt weiter im Kontext. VAMILO hat mir ihre MA105C geschickt aus einem ganz bestimmten Grund, denn in dieser Tastatur befindet sich eine neue Switch-Art. Um genau zu sein, handelt es sich hier um elektromagnetisch auslösende Switches und keine Switches, die über einen normalen Schalter ausgelöst werden, wie alle Cherry-Switches. VAMILO hat hier ihren eigenen Switch entwickelt und dieser soll auch das Hauptaugenmerk meines Videos sein. Der Switch wird von VAMILO EC-Switch genannt, was Electrostatic Capacitive heißen soll. Auf deutsch übersetzt elektromagnetisch und das ist halt auch die Art, wie er schaltet. Mit diesem Switch hat VAMILO versucht eine Kombination aus einem klassischen Rubberdome und einem normalen mechanischen Switch zu bauen. Als erstes werden wir uns jetzt mal die Tastatur kurz anschauen und danach gehe ich noch weiter auf die neuen Switches ein. Mit dem Lieferumfang der Tastatur befindet sich natürlich ein USB-Kabel zum Verbinden mit dem PC, einen Keycap-Puller und dann noch graue Keycaps, die die bunten Keycaps ersetzen, falls einem das zu bunt ist. Natürlich ist noch eine kleine Anleitung auf Chinesisch und Englisch dabei und das war es dann auch schon. Die Tastatur kommt in einem sehr auffälligen Design daher und hat weiße Hintergrundbeleuchtung, welche sich in einigen Stufen einstellen lässt. Ebenfalls lässt sich die Beleuchtung in einen Breathing-Mode einschalten und das wäre es dann auch schon. Da gibt es keine besonderen Modi, aber finde ich auch gar nicht notwendig, denn wer sich eine Tastatur in so einem Design käuft, der braucht glaube ich keine RGB-Beleuchtung und bunte Modi. Die Tastatur hat natürlich auch noch im oberen Bereich ein paar Multimedia-Tasten, die man über die Tastenkombination Fn und die jeweilige Taste aktivieren kann. Da kann man zum Beispiel den nächsten Track, vorherigen Track, Play, Pause und die Lautstärke auch noch einstellen. Das Gehäuse der Tastatur ist aus Plastik und kommt in einer Holzoptik daher. Die Tastatur fühlt sich relativ schwer an. Die Tastatur ist extrem stabil und lässt sich gar nicht herumdrücken. Ja und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal mit den Switches weiter. Als erstes habe ich hier einen kleinen Ausschnitt von Vamilo, welcher die Funktion des Switches erklären soll. Beim neuen EC-Switch befindet sich ein zweiter IC auf der Platine, welcher den Widerstand des Tasters berechnet und sobald der Widerstand zu hoch wird, wird die Taste betätigt. Ich nehme an, dass das Ganze wie ein Read-Kontakt funktioniert, also magnetisch über den Tastendruck ausgelöst wird. Bei einem normalen Switch befindet sich am eigentlichen Taster eine Kunststoffnase und die betätigt den Schalter. Die Kunststoffnase könnte sich zum Beispiel abnutzen nach zu vielen Schaltvorgängen. Das kann natürlich bei dem elektromagnetischen Verfahren hier nicht passieren. Was sind die Vorteile dieser neuen Switch-Art? Laut Vamilo haben die Switches eine unlimitierte Lebensdauer, was ich vielleicht ein wenig verzweifeln kann. Dazu gleich mehr bei den negativen Punkten. Eine Aussage, die ebenfalls von Vamilo kommt, ist, dass sich die Switches leicht erwarten lassen, da sich hier kein Schmierstoff im Switch befindet. Vorteile, die ich noch festgestellt habe, sind natürlich, dass sich die Tastatur wie eine mechanische Tastatur anfühlt, aber der Endanschlag weich ist, nicht hart wie bei einer normalen mechanischen Tastatur, was sich wirklich sehr gut anfühlt. Woraus sich dann auch ein sehr gutes Schreibgefühl der Tastatur ergibt. Was sind die Nachteile der Tastatur? Die Switch-Art ist erstmal nur auf Vamilo begrenzt, weil sie den selber entworfen haben und sich auf der Platine ein zweiter IC befindet, der den Widerstand berechnet. Das heißt, man kann die Switches nicht einfach auf eine andere Platine setzen. Das würde nicht funktionieren. Vermutlich wird der Preis etwas höher sein. Ich gehe hier mal von ca. 200 Euro aus, aber ich habe auch keine Informationen dazu. Und jetzt nochmal zur unlimitierten Lebensdauer. Hier kann natürlich auch sein, dass irgendwann die Kontakte schlecht werden. Vielleicht würde der Kontakt noch schalten, aber der IC hat dann einen anderen Widerstand berechnet und dadurch löst die Taste dann zum Beispiel nicht mehr aus. Aber jetzt dürft ihr natürlich erstmal noch kurz hören, wie sich so eine Tastatur denn anhört. Und dann hört. Milo hat auch noch in der Planung bzw. Entwicklung, dass der Nutzer selbst die Entfernung bis zur Auslösung einstellen kann. Das kann theoretisch möglich sein bei so einer Tastatur. Wie gesagt, weil das Ganze über den Widerstand gemacht wird und nicht wie bei normalen Switches über einen Schalter. Das heißt, man gibt einen anderen Widerstand im IC ein, der als ausgelöst gelten soll und schon löst die Tastatur zum Beispiel früher oder später aus. Die neuen Switches sollen glaube ich ab März kommen und dann denke ich mal, dass man die in allen Tastaturen bei Milo konfigurieren kann und der Preis wird circa bei 200 Euro liegen, schätze ich mal. Das ist nur eine Schätzung. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen Einblick in die neuen Switches, die Milo in Kürze released, geben. Ich habe hier im Übrigen meine neuen Lieblings Switches und meine neue Lieblingstastatur gefunden, welche ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr abgeben werde in Kürze. Ich war von der ersten Minute an sehr überzeugt von den neuen Switches. Das Gefühl ist einfach unglaublich anders als normale Cherry Switches und die Optik von der Tastatur hat es mir halt auch einfach angetan. Wie gesagt, deshalb bleibt das jetzt erstmal meine Tastatur, mein Baby. Was mich gestört hat an der Tastatur ist, dass der Anschluss für das Kabel hinten rechts ist und das Kabel sich auch nirgends unten verlegen lässt. Das ist natürlich etwas blöd gelöst. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Review bzw. die Vorstellung der neuen Switches gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, falls nicht ein Dislike. Gerne dürft ihr mich auch abonnieren und schaut auch mal in Facebook vorbei. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal meine Freunde. Ciao! Bis zum nächsten Mal.